Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 313. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Не забудьте подписаться на цей Kanal. Welches sind deine nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Welches sind deine nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Welches sind deine nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Welches sind die nächsten Aktionen, die du mit deinem Skateboard planst? Muster und Farben sind Teil meines Kulturerbes. Muster und Farben sind Teil meines Kulturerbes. Muster und Farben sind Teil meines Kulturerbes. Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden, oder fehlt etwas Wichtiges? Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden, oder fehlt etwas Wichtiges? Bist du mit der Ausstattung deines neuen Autos zufrieden, oder fehlt etwas Wichtiges? Mit dem Skateboard trainierst du besonders deine Reaktionsgeschwindigkeit und Koordination. Mit dem Skateboard trainierst du besonders deine Reaktionsgeschwindigkeit und Koordination. Mit dem Skateboard trainierst du besonders deine Reaktionsgeschwindigkeit und Koordination. Kann ich hier auch kleinere Beträge mit meiner Kreditkarte bezahlen? Kann ich hier auch kleinere Beträge mit meiner Kreditkarte bezahlen? Czy mожу ja takoż spłaczewaty tot menście Summe swojeju kreditnoju kartkoju? Mein Auto verbraucht in letzter Zeit mehr Öl als sonst. Da stimmt etwas nicht. Mein Auto verbraucht in letzter Zeit mehr Öl als sonst. Da stimmt etwas nicht. Mein Auto verbraucht in letzter Zeit mehr Öl als sonst. Da stimmt etwas nicht. Moja Maschina ostatnim czasom wykoristowuje більše Masla, niż zazwyczaj. Щось tut ne tak. Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Planst du etwas Besonderes an diesem Wochenende? Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Wie lange dauert es, bis der Abschleppwagen hier ist? Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Ich bin froh, dass ich mich damals für diesen erfolgreichen Weg entschieden habe. Wie lange spielst du schon Schach? Bist du ein guter Spieler? Jetzt kommen einige Wiederholungen. Wenn ihr alle Fragebogen ausgefüllt habt, dann sammle ich sie jetzt ein. Wenn ihr alle Fragebogen ausgefüllt habt, dann sammle ich sie jetzt ein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Es ist so schön, nach der langen Zeit im Ausland, endlich wieder bei dir zu sein. Wir erweitern unser Team, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Wir erweitern unser Team, um noch schneller ans Ziel zu kommen. Ich kann mit meiner Hand fast alles machen, was Menschen ohne Behinderung im Alltag auch können. Ich kann mit meiner Hand fast alles machen, was Menschen ohne Behinderung im Alltag auch können. Ich mache Filme fürs Internet und ermutige damit andere Menschen. Ich mache Filme fürs Internet und ermutige damit andere Menschen. Ich bewerbe mich um die Stelle als Bilanzbuchhalterin. Ich habe langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Ich bewerbe mich um die Stelle als Bilanzbuchhalterin. Ich habe langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Ich bewerbe mich um die Stelle als Bilanzbuchhalterin. Ich habe langjährige Erfahrung in diesem Bereich. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Wir haben große Pläne für die Zukunft, also motivieren wir uns gegenseitig. Wenn mir etwas Gutes passiert, stecke ich eine Münze in mein Sparschwein. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes meines Patienten. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes meines Patienten. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes meines Patienten. Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes meines Patienten. Das Röntgenbild zeigt eine deutliche Verbesserung des Gesundheitszustandes. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns Like. Und gib uns Like. Jents Hallo. Bom! Im Hashtag. Vielen Dank.